Die Doms haben letzte Nacht geblündert. Ein ganzes Vieh gestohlen. Alles niedergebrannt. Alles. Ich verfluche sie. Ich bin Lorna Dome. Verfluchst du mich? Nein! Sag schon. Ich bin ganz sicher, du hast noch nie was Schlimmes getan. Lorna Dome stammt aus einer der ältesten Familien in Europa. Die Doms haben die hier gestohlen. Und wir glauben, sie stammt von hier. Mein Vater hat sie vor vielen Jahren gestohlen. Lorna. Nun ist sie wieder nach Hause gekommen. Es gehört dir. Es hat dir schon immer gehört. John, nehmen sie her. Los, schnell ins Haus. Wer? Es war John Ritz, Vater. Jetzt werde ich ihn umbringen. Sie werden nicht bei Tag angreifen. Carver wird uns warten lassen. Warten lassen, bis es Nacht ist. Du kannst nicht gewinnen, John Ritz! Du kannst nicht gewinnen, John Ritz!